Hallo und herzlich willkommen! Egal ob Sie Profi- oder Hobbymusiker sind, ob Sie auf einfachste Weise Ihre eigene Musik produzieren wollen oder mit viel Spaß das Keyboard-Spiel lernen möchten, ob Sie nun als Entertainer und Sänger auf der Bühne stehen oder Ihre Musik ganz für sich genießen, Sie brauchen für all diese und noch viele weitere Ansprüche nur ein einziges Instrument, das nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch kinderleicht zu transportieren ist. PSR S750 und S950 heißen die Keyboards, die Yamara für all ihre musikalischen Wünsche maßgeschneidert entwickelt hat. Sind Sie neugierig geworden? Lassen Sie uns am PSR S950 den Beweis erbringen. Man müsste Klavier spielen können. Und man kann. Denn das PSR S950 bietet einen exzellenten Flügelklang, der Yamahas bestem Digitalpiano, dem Klavinova, entstammt. Unter den vielen Klangfarben, die das PSR S750 und das PSR S950 für Sie bereithalten, werden Sie wohl besonders von den Super Articulation Voices beeindruckt sein. Diese revolutionäre Technologie sorgt dafür, dass Sie beim Spielen auf Ihrer Keyboard-Tastatur selbst zum Trompeter, Gitarristen oder Saxophonisten werden. Egal welche Musikrichtung Sie bevorzugen, der faszinierende Sound einer Orgel findet sich in fast jeder Stilrichtung wieder. Durch einen einfachen Knopfdruck wird Ihr Keyboard zur professionellen Orgel. Die virtuellen Zugriegel und fantastische DSP-Effekte werden auch Sie begeistern. Die digitalen Signalprozessoren ermöglichen es, den legendären Sound eines Röhrenverstärkers nachzubilden. Darüber hinaus bieten Effekte wie Real Distortion ein außergewöhnliches Erlebnis. Wie beim Spielen auf einer richtigen Gitarre, sorgt das Fußpedal für den jeweils besten Effekt, der sicherlich auch Sie zum funky Gitarristen werden lässt. Lassen Sie sich durch mehr als 400 Preset-Styles inspirieren. Die Voreinstellungen von Yamahas besten Live- und Studiomusikern bieten Ihnen nahezu grenzenlose Möglichkeiten. Werden Sie zum Dirigenten Ihres Orchesters oder zum Leader Ihrer Rockband und das bereits mit einem einzigen Fingerdruck und wenigen Akkorden. Jedes Instrument lässt sich nach Belieben bearbeiten. Die integrierte Mixing-Konsole hilft Ihnen dabei. Der Music Finder findet für Sie stets den richtigen Style und die passenden Klangfarben zu jedem Musikstück. Einfach und völlig intuitiv werden Sie durch die bekanntesten Musikstandards inspiriert. Bei jeder Ihrer musikalischen Ideen genügt bereits ein kleines Motiv, um sich durch die Style Recommender-Funktion eine ganze Liste von Styles vorschlagen zu lassen. Einige der besten Styles des PSR-S 950 bieten einen zusätzlichen Part mit echten Audioaufnahmen an. Wir sprechen nun also nicht mehr von reiner Style-Programmierung, sondern von echten Schlagzeug- oder Perkussionsinstrumenten. Komplett eingespielt von professionellen Musikern. Nie zuvor konnte ein Begleitstyle einen derart realistischen Eindruck vermitteln. Erleben Sie lateinamerikanische Percussion-Spieler, als stünden diese direkt neben Ihnen. Nur ein echter Jazz-Schlagzeuger ist in der Lage, derart präzise und stilecht zu spielen. Die Verwendung von High-End-Studio-Kompressoren bereits beim Sampling sorgt dafür, dass dieser Style genauso druckvoll klingt wie die Chart-Songs, die man in den angesagten Clubs auf der ganzen Welt hört. Sicherlich sind Sie bereits jetzt überzeugt von der schier unglaublichen Klangqualität der neuen S-Serie Keyboards. Aber das PSRS 950 geht noch einen Schritt weiter. Denn wie in einem Tonstudio können Audiodateien umfangreich bearbeitet werden. Schauen und vor allem hören Sie selbst. Audiodateien können bei Ihrem Instrument direkt von einem USB-Stick abgespielt werden. Abgerufen über die Multipads gibt das Ihrer Musik einen ganz besonderen Kick. Mit der Time Stretch-Funktion verändern Sie das Tempo Ihrer Audiodatei, während die Tonhöhe exakt gleich bleibt. Diese Funktion ist besonders nützlich, um als Anfänger mit einer MP3-Datei zu üben. Die Pitch-Shift-Funktion erlaubt es Ihnen, Audiodateien zu transponieren, um genau in der Tonart mitzuspielen, die Ihnen am besten liegt. Nutzen Sie die Crossfade-Funktion, um wie ein DJ zwischen Audio- und MIDI-Dateien hin und her zu gleiten. Let me feel your voice of my heart Geradezu unglaublich ist die Vocal-Cancel-Funktion. Filtern Sie jede beliebige Melodiestimme und sogar den Gesang des Originalinterpreten aus Ihrer Lieblingsmusik und werden Sie so selbst zum Superstar. Singen Sie gerne? Als Profi auf der Bühne? Für sich zu Hause oder im Kreis Ihrer engsten Freunde? Dann schließen Sie doch einfach ein Mikrofon an Ihr PSRS 950 an. Die Karaoke-Funktion und das große Display begleiten Sie sicher durch Ihren persönlichen Musikabend. Und sollten Sie Ihr Publikum an Ihrem Vergnügen teilhaben lassen wollen, bietet Ihnen Ihr Instrument selbstverständlich einen Videoausgang, um den Liedtext an einen größeren Bildschirm zu übertragen. Die digitalen Signalprozessoren und Vocal Harmony 2 unterstützen, verändern und harmonisieren Ihre Stimme auf unglaublich realistische Weise. Haben Sie schon immer von einem eigenen Tonstudio geträumt? Sie werden überrascht sein, wie einfach es ist, all Ihre musikalische Kreativität als Wave-Datei direkt auf einem USB-Stick aufzunehmen. Ein PSRS-Keyboard lässt keinen Wunsch offen, egal auf welche Weise Sie es einsetzen. Möchten Sie noch einen Schritt weiter gehen? Yamaha hat an alles gedacht. Schließen Sie Ihren iPod, Ihr iPad oder Ihr iPhone direkt an Ihr PSRS-Keyboard an und greifen Sie auf eine Vielzahl von Apps zu, z.B. den Repertoire-Finder. Von Yamaha eigens entwickelt, um die populärsten Songs sofort registrieren und spielen zu können. Das 64 MB Flash-ROM bietet Ihnen genügend Speicherplatz, um die gesamte Musikwelt grenzenlos für sich zu erschließen. Laden Sie noch mehr Styles und Klangfarben direkt aus dem Internet und speichern Sie diese auf Ihrem Instrument. Sie werden mir sicherlich zustimmen. Der Beweis ist erbracht. PSRS 750 und PSRS 950 sind absolute Top-Keyboards. Unglaublich vielseitig und dabei einfach zu bedienen. Ganz nebenbei sehen die Instrumente auch noch absolut zeitgemäß aus. Das neu entwickelte Verstärkersystem sorgt für druckvollen, unverfälschten Sound. Fassen wir alles kurz zusammen. Entscheiden Sie sich für das PSRS 750 mit seinen super Articulation Voices, Notendarstellung im Display, Audiodatei-Aufnahme und Abspielfunktion und seinem 16-Spur-Midi-Sequencer. Oder besser noch, wählen Sie das PSRS 950 mit Farbdisplay, Videoausgang, Mikrofonanschluss Vocal Harmony 2 und nicht zuletzt den besonders beeindruckenden Audio-Stats. Sind Sie überzeugt? Dann werden Sie Teil der Musik und testen Sie selbst eines dieser begeisternden Instrumente. Ihr Yamaha Händler wartet bereits auf Sie. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis bald! Deine Jochen und Kapi Vielen Dank.